Ja, und? What? Bis, wie? Was war das? Loll, was zum... Okay. Einfach, ne, Mrs.? Wer weiß? Alter. Was haben die hier veranstaltet? Okay, komm, wir nehmen erstmal hier The Crowd. Die Gude. Alles verschlossen. Das ist ja natürlich schön, schön, schön. Die fressen aber auch Munition. Es ist unglaublich. Freunde, könnt ihr auch mal nicht so viel Munition... Chemikalien. Gäbe es diese Option, dass ihr vielleicht nicht ganz so viel einsteckt? Ich hab wieder nur fünf Schuss. Es reicht... Reicht... Reist. Es reicht doch never... Ever... Äh... Für... Für... Die Sachen. Okay, hier komm ich nicht hin. In dunkle Tiefe ich taumelte, danach die Pfeile schossen zuvor am... Zuvor am Galgen. Ich baumelte ohne Rast und Ruhe darauf... Daraufhin... Durch Schwertes Hand mein Blut vergoss. Oh no... Oh no... Hä? Okay, warte mal, hier sind Bögen. Okay, warte mal, was brauch ich als erstes? In dunkler Tiefe ich taumelte, danach die Pfeile schossen. In dunkler Tiefe ich taumelte. Das sieht aus wie das hier. Danach die Pfeile erschossen. Ich am Galgen hing... Und mit dem Schwert... Die Kacke mache. Richtig? Nein. Schade. In dunkler Tiefe ich taumelte, danach die Pfeile schossen. Zuvor am Galgen ich baumelte ohne Rast und Ruhe daraufhin. Durch Schwert Hand meine Blut vergossen. Hä? Ist doch aber richtig in dunkler Tiefe ich taumelte? Ist doch jetzt richtig, oder nicht? Hä? Habe ich doch gerade eben auch schon gemacht. Egal. Wir nehmen es so, wie es ist. Also komm, ne, hier ist er. Take it. Take it. Ich weiß jetzt nicht, ob es so gut ist, einfach so runterzuspringen. Wir haben anscheinend keinen Schaden, genau. Warte mal, wir nehmen mal vorsichtshalber erst mal dieses Kraut hier benutzen. Dann gehen wir nochmal ganz kurz hier rüber und versuchen uns mal was der Hilfe zu machen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Äh, weil hier scheint nichts weiter zu sein. Mhm, mhm, mhm. Cool, 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 cool. Nicht so cool. Die silberne Maske ist in dem kleinen Raum ganz hinten. Ich bin so nah dran. In welchem kleinen Raum? Okay. Wenn wir den Kugeln nichts bringen, dann... Papislakowski! Oder auch nicht? Okay, wait, 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 wait a second. Äh. Ja, scheiße. Äh. Äh. Nochmal scheiße. Ich find mir gerade ein paar... Nicht so nice. Not so nice. Not even close. Ich hab keine Munition mehr. Okay, komm, wir rennen weiter. Wir rennen wieder zurück. Wir machen... Juhu. Okay, warte, 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 warte. Wir können ja ein bisschen tricksen. Yes. No! How much is the fish? Also, warum ist denn so... Fuck, schnell. Ich hab niemals... Never hast du mich getroffen. Kann ich hier ganz kurz, äh, das da machen? Nee, untersuchen wollte ich's nicht. Ich wollte's hier nehmen. Scheiße. Können wir ganz kurz... Ganz kurz... Können wir nicht... Warte, kurz, können wir ganz kurz... Und können wir ganz kurz... ...hier... ...hier... Machen wir uns noch ein Heilo. Ja. Warte, das Ding hier erstmal nochmal kaputt, damit wir... I don't know, irgendwas anderes kriegen. Sehr gut. Wahrscheinlich nochmal Munition. Ja, sechs Stück. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die laden wir schon mal nach. Jetzt... ...gehen wir hier hin... ...und versuchen erstmal... Nope. Ja, hier war das mit dem anderen Fenster, genau. Okay. Wait, wait, wait a second. Ausrüsten. Okay. Es hat nicht gereicht. No, 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 no. No, no, no. Okay, das reicht nicht. Dann ist nicht das Richtige. Ähm... Nehmen. Ähm... Ganz schnell weg. Ganz schnell... ...einmal hier im Kreis rein. No! Aus dem Kussi-Bru. Alter, der hat er jetzt aber auch. Ganz schön. ...ein mitgegeben. Okay, 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 okay. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Lass mich durch. 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 I'm safe. I'm safe. Lass mich durch. Wir müssen ganz kurz nochmal das Kraut nehmen. Alter, Alter. Warte kurz. Können wir hier das benutzen. So, wo bist du? Komm mal hierher. Komm mal hierher. Dankeschön. Ähm... Dankeschön. Dankeschön. Lass mich durch. Dankeschön. Ist mir egal. Ist mir egal. Lass mich durch. Ich hab einmal geschossen. Das war nicht gut. Ist mir egal. Ist mir wurscht. Ich bin weg. Oh. Fuck you. Warum? Oh. Oh. No, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no. Lass uns hier raus. Lass mich doch durch. Lass mich. Lass mich. I'm, I'm on my way. Out, out, out of here. Komm. Weg, weg, weg. Alter, Falter. Was sind denn das für Endgegner? Ist ja fast schlimmer als Dark Souls. Dark Souls. Also, hey, no. Okay, okay. Wir müssen uns ganz kurz akklimatisieren. Ganz kurz. Alter. Das war gar nicht mal so... Wenig. Bin ich ehrlich. Oh. Oh. Okay. Gut. Jetzt haben wir diese Hörnemaske. Und, äh... Ich habe keine Munition mehr, ne? Doch, vier Schuss habe ich noch. Scheiße. Ich habe sonst nichts. Oh, ich habe noch eine Bombe. Safe. Passiert da jetzt auf dem Rückweg was? Äh, äh... Diese Tür ist auf einmal offen. Okay, was ist die Maske? The Mask? Ja, ich habe doch die Maske, oder nicht? Also, oder? Ich habe sie. Wenn auch knapp. Ich weiß noch nicht. Dieser hässliche Typ ist aufgetaucht. Don't fight. Sag bloß. Ach, was? Gegen den habe ich keine Chance. Take this. Ich nehme jede Hilfe, die ich kriege. Oh, sehr gut. Munition und Kraut. Da sehe ich mich. Äh, sofort. Kraut nehmen. Kraut, wir nehmen dich. Benutzen. Wie sieht es aus? Gesundheit technisch. Sind wir... Okay. Also geht es uns einigermaßen... Uh. Damit können wir doch, äh... Mit der Schlange können wir doch jetzt hier... Ähm. Kann ich hier nicht einfach aufschließen? Entriegelt. Äh, mit der Schlange können wir doch jetzt das Bildervitzel lösen. So. Äh, ja. Gehen wir hier weiter? Äh, okay. Jetzt weiß ich nicht, ob wir hier wirklich weitergehen sollten. Oder ob wir... Äh, wir machen es mal. Aber wir können hier Kraut mitnehmen. Und wir können hier weiter vorwärts kommen. Äh. Aber... Was ist... Also... War das jetzt nur, um... Stuff zu finden? Okay. Cool. Ne, warte mal. Hier geht es ja noch weiter. Äh... Rostige Reste. Was auch immer wir mit rostigen Resten herstellen können. Flinten, Munition, Schießpulver, rostige Reste. Flinte habe ich, ähm, Speisezimmer gesehen. Haha. Rohrbombe, Schießpulver, rostige Reste und Kraut. Das sollte mir bei der Flucht helfen. Das ist gar nicht so verkehrt zu wissen. Aber jetzt haben wir hier quasi einmal alles, alles geöffnet. Das ist natürlich nice. So, und erstmal ist jetzt hier auch nichts weiter Böses erschienen. Was auch... Okay ist. So fällig in Ordnung. Gut, dann gehen wir jetzt hier wieder raus. Äh... Das Willkommen in der Galerie der Verzweiflung. Eine wundersame Ausstellung einer jener Glücklichen, die mindestens eine Maske zu erobern vermochten. Lass deine Augen über die wenigen auserwählten Schweifen, deren letzten Momente der Verzweiflung für alle Zeit in dieser Galerie festgehalten sind. Bezeuge an dieser Stadt das Licht des Lebens aus einer anderen Perspektive. Du bist ganz schön hartnäckig, Miles. Ja, ich bin ganz schön hartnäckig. Und zwar sehr hartnäckig. Ich bin noch schneller als die, oder? Nope. Nope. Lass mich in Ruhe. Ist mir egal. Ich bin weg. Danke. So, jetzt packen wir die silberne Maske hier hin. Ist das richtig? Nope. Die passt da nicht hin. Gut. Dann packen wir sie hier hin. Weil da passt sie hin. Yes. Cool. Jetzt nur die Frage, wo finden wir die guldende Maske? Damit wir den Kristall bekommen. Und dann werden wir den Pilz los? Ich weiß es nicht. Aber wir packen jetzt erstmal, ähm, die Schlange. Warte mal. Die Schlange packen wir hier rein. Ne, die Schlange packen wir nicht da hin. Nein. Wir packen die Schlange hier nicht rein. Sondern wir nehmen das da. Das da. Und das da. Und packen wir dich da hin. Dich da hin. Und dich da hin. Und dich da hin. Richtig? Yes. So, damit haben wir zumindest das Tor geöffnet. Aber. Will er mich mit diesen Rätseln schikanieren? Ja. Dreiäugiger Schlüssel. Das dreiäugige Emblem ist Zeugnis von Herrlichkeit. Die goldene, was? Die goldene Maske möge dir vergönnt sein. Was? Wieso vergönnt? So, warte mal. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Wo waren jetzt die Schrotflinte? Achso. Im Speisezoo. Stimmt. Da war was. Aber wieso sollte mir die goldene Maske vergönnt sein? Ich find doch alles. Oder nicht? Also, ich hoffe. Mal kurz nachladen. So, hier können wir da jetzt den Schlüssel einsetzen. Richtig? Damit kriegen wir jetzt die Schrotflinte. Wir werden auch vor sich Zalbea Schrotflinte-Munition herstellen. Ja. Ja. Jawoll! So, und äh... War das jetzt unser Begehr? Die drei Masken finden. Ja. Also... Ja. Haben wir? So, Küche. Innenhof. Da gibt's... Hier gibt's auch nochmal so'n... Drei-Augen-Symbol. No. Das heißt, wir müssen jetzt hier raus, oder was? Raus. Innenhof. Links. Durch. Und dann rechts. Okay. Also, raus. Innenhof. Dann links. Hier durch. Dann rechts. Hier durch. Dann rechts. Hier durch. Dann rechts. Pistolen-Munition. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Äh... Äh... Ja... Lass mich raten. Da hinten komm ich nicht ran. Genau. Das hab ich mir nicht gedacht. Komm ich jetzt da ran? Oh... Nope. Hm... Freunde, wie komm ich jetzt hier... weiter? Ah! Schau mal! Ich muss hier irgendwie noch was kaputt machen. Äh... Wahrscheinlich von da oben. Chemikalie, okay. Dann gehen wir erstmal hoch. Ich würde trotzdem ganz kurz auf die Pistole wieder wechseln. Einfach, weil wir mehr Munition mit der Pistole haben? I don't know. Aber hier sehe ich auch nichts. So, hier kommen wir auch nicht näher ran. Schade, schade, schade. Schokolade. Was ist hier? Das sieht alles so unheimlich aus. Er ist... Okay, warte. Da hin. Da komme ich nicht ran. Schade. Kann ich... hier durch? Nein. Irgendwie muss ich doch jetzt hier was zerstören, damit zum Beispiel das Ding hier runterfällt. So, das Ding ist verbunden mit dem hier. So, das Ding hat aber kein Zentrum. Wenn du so willst. Das ist die Frage, wo finde ich jetzt dieses Zentrum? Vielleicht doch unten? Nicht unten? Doch noch nicht alles gesehen? Weil hier ist geradezu... So. Ist das die letzte Maske? Ja, ich würde sagen... Ja. Guck mal, und hier hat sich der eine Kern versteckt. So, okay. Das ist schon mal das. Okay, Freunde. Dann kommt mal mit. Kommt mal mit. Hier hoch. Ja, komm mal mit. Meiner nach dem anderen. Ist mir egal. Auf geht's. So. Number one. So, wo ist der Rest? Ah, okay. Ihr kommt. Verstehe. Ihr das nicht. Wo seid ihr denn? Hallo? Hallo? Hinter dir. So. Es muss hier noch mehr Kerne geben. Ja, gibt's ja auch. Den da zum Beispiel gibt's auch. Stadatsch. Oh, der Fall runter. Er fällt nicht runter. Okay. Wait. Wenn er nicht runterfällt. Dann müssen wir doch nochmal nach oben. Weil jetzt haben wir ja den Durchgang frei. Und vielleicht können wir ja von dem Durchgang aus den anderen Kladderadatsch fallen lassen. Wer weiß, wer weiß. Ich hab aber keinen. Hab ich noch? Oh ja doch. Oder? Ich bin noch. Ein Weisesalber hab ich noch. Bin ich gut. Hab ich nochmal einen Crowd? Nee, warte mal. Dafür ist mir das zu schade. Dafür war es mir geradezu schade noch, äh, die Bombe da reinzuschmeißen. Hier hätte ich vorhin reinschmeißen müssen. Das wäre besser gewesen. Aber so ist ja auch okay. Also. Haben wir jetzt nochmal einen Crowd? Unten dürfte ich ja jetzt da rankommen. Richtig? Eigentlich ja. Genau. So. Weil dann kann ich mich mit der goldenen Maske abhauen. Dann hätte ich ja... Also. Wollen wir wirklich... Äh. Wollen wir wirklich... unsere Kräfte verlieren? Also. Nachdem wir jetzt wissen, wie die funktionieren... Ich würd's nicht wollen. Take it. Okay. Okay. Oh no. Oh no. Was passiert hier? Toll. Jetzt haben wir die goldene Maske gefunden und sind jetzt... Eingesperrt. Raus aus den Federn, Kleines. Zu schade. Du warst nur einen winzigen Häschensprung... von deiner Belohnung aus Kristallen entfernt. Ich wusste, die echte Maus wäre viel nebhafter. Es wäre eine Verschwendung, dein Leben einfach so zu beenden. Lass uns noch ein bisschen Spaß haben, ja? Na komm nicht, Schmollen. Ich habe da einen netten Zeitvertrag vorbereitet. So viele Sklero-Zielen. Und fast alles abtraten. Na, was denkst du? Findest du die echten? Der bleibt nicht viel Zeit klein. Tick-Tack, Tick-Tack. Beeil dich lieber, sonst bist du verschlungen. Wie soll ich denn bitte den richtigen finden? Keine Ahnung. Ist der cool, der cool. Okay, okay. Ich helfe. Okay, komm. Dann... Komm mal raus. Nur noch zwei Minuten. Keine Zeit zu verschwenden. Right. Okay, okay, okay. Kommen wir. Wie war jetzt das fast? Das war nicht mal knapp. Hä? Was hast du gesagt? Right. Lower than the barrel. Ja, bin ich doch. Ich bin doch unter dem Barrel. Wollt ihr mich verarschen? Nur eine Minute übrig. Du solltest dich rasch halten. Rechts. Left. Lower than the barrel. Okay. Nice work. Next one is... Which one? Deep shadow. Tiefe Schadde? Oh, oh oh. Ich dachte, du etwas, ich würde es dir so leicht machen. Jetzt? Im etwas fast der Weg? Bist du bereit für das große Final? Hä? Harry. Ja, wo denn? Und? Jetzt nicht trödeln! Allgemein Worten. Ja, okay. Mach ich. Ab. Also, der da, oder was? Okay. Ein Glück, das war's. Meine Güte, das war aber auch gerade... Not even close. Also, das war jetzt... Eine fiese Nummer. Äh. Äh. Warum ist jetzt hier... Warum... Achso, ich kann einfach raus. Du hast es geschafft. Yes! I made it! Und weiter? So, ja, du hast es geschafft, okay. Okay, cool. Äh. Ja. Blind Munition. Gut. Äh, wir haben ja jetzt immer noch die drei Masken, ne? Ähm, wir haben aber auch, glaube ich, noch ein grünes... ...n Crowd. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Mm, 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 mm. Immer noch rostige Teile, okay. Äh, ja, ich würde jetzt versuchen, die Maske zu setzen, damit wir an den Kristall kommen. Also, ist ja, unsere Haupttudo gehört ja dazu. Wo sind wir eigentlich? Also, wie sind wir... Wie, das hat nicht gereicht? Nein. Okay, wait. Komm mal her hier. Ich hab was gehört. So, soviel Zeit zu. Ein Freund. Oh, auffließen. Okay. Heißt doch jetzt aber im Umkehrschluss, also, ne, wir kommen ja jetzt hier raus. Und könnten noch die Maske setzen. Almost. Fast soweit. Ja, ja. Lass mich doch durch. Ja, aber... Um ehrlich zu sein. Ja? Schon komisch loszulassen. Also, der... Ich hab so lang mit ihnen gelebt. Der mach es doch nicht. Der mach es doch nicht. Ich weiß. Ich weiß. Also... Es ist doch nicht zwingend erforderlich. Oder doch? Also, ich glaub nicht. Aber... Also, ich hab'-